Und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Vlog. Ich hoffe euch über dieser Vlog. Und ihr werdet ja sehen, was ich jetzt gleich mache. Aber wir gehen erstmal frühstücken. So, Frühstück haben wir gegessen. Jetzt mache ich hier noch eine kleine Timeless von hier. Die werdet ihr gleich sehen. Und ja, mal gucken, was gleich noch so ist. Ich habe nachher noch einen kleinen Termin zum Thema Gamescom und Planung und Co. Da wird ihr aber auch später ein bisschen was mehr von sehen. Untertitelung. BR 2018 Ja, ich bin jetzt hier mit einem Kollegen. Die Gamescom-Planung ist durch. Und ja, mal gucken, was heute noch so passiert. Wie wir uns da sehen. Ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog, der Elite Vlog Tag 3. Ich habe gerade eine gute Freundin getroffen. Die geht heute zum Wilderbruch-Konzert. Hier daneben von der Gruppe Fels. Und ja, jetzt fahre ich zum Potsdamer Platz. Guck mal da. Heute soll ja auch ein Event sein. Mal gucken, ob ich mir noch ein Ticket klar machen kann oder so. Ich denke mal nicht. Weil ich muss noch früh raus und dann einfach nur so Leute gucken. Und dann quatschen und dann mal gucken wir nach. Wir sehen uns gleich am Potsdamer Platz wieder. Ich war's. Ich war's. Oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, berg mir ein bisschenReprendel. Hallo Leute, danke! Michaelsten und ich brauche jetzt den Team. Danke schön, navigating. Ja, bitte sehr! Ich mache mal so einen Knochen. Wer von euch meinen Kanal abonniert hat, da sind viele, vielen Dank. Wer von euch hat meinen Kanal abonniert, nur kurz... Guck mal, was wir für eine Schnittmenge haben! Yay! Florian, hat dir Japan gefallen? Super! Irgendein besonderes Highlight? Du hast ja mehrere Städte besucht. Du warst in Osaka, in Nagoya, in Hiroshima, in Kobe und in Tokio. Und die Perle kam, glaube ich, zum Schluss, oder? Ja, Tokio ist eine absolute Perle. Obwohl ich ja mal den Anzug rechnen muss für Hiroshima. Das ist eine ganz tolle Stadt. So, wir sind raus. Mega geiler Film, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, jetzt ist es auch sehr spät. Wir haben es nach 22 Uhr. Und ich muss jetzt schnell nach Hause. Ein paar Stunden noch schlafen. Morgens so eine Frühschicht und dann mal weiter gucken. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein breites Video schneiden und alles. Und wir sehen uns, falls hier nicht zu Hause bin. Hey! Ich muss jetzt mal das Video schneiden am Samstag. Mal gucken, ob es überhaupt heute online kommt. Weil ich habe da kleine Probleme mit meinem Laptop streiten. Oder mit dem PC zu Hause streiten. Da Laptop habe ich jetzt bei. Mal gucken, ob ich es geschnitten bekomme. Auf die alte Krücke. Und ja, ich bin in Hahnmünden aktuell. Ach ja, hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und auf der Seite ist das letzte Video. Wir sehen uns. Und nicht den Daumenpunkt jetzt nach oben. Ihr könnt auch die Glocke anklicken. Ich habe auch eine WhatsApp-Nummer. Die blende ich nochmal ein. Und schreibt mir mal ein paar Kommentare.